Drunter und drüber geht es nächste Woche bei Verbundene Lieder. Herzlich Willkommen zu einem großen Durcheinander in drei Akten. Erster Akt. Herzlichen Glückwunsch. Das Chaos ist perfekt. Eigentlich ist Marlene sauer auf Rebecca. Dann vermisst sie ihre Busenfreundin aber doch so sehr, dass die beiden, ups, eine heiße Nacht miteinander verbringen. Währenddessen denkt Tristan, Marlene hätte etwas mit Christian am Laufen und will die beiden in Flagranti erwischen. Was natürlich funktioniert. Stattdessen erwischt er fast seine Schwester mit seiner Freundin. Wie soll dieses Pickhack bloß weitergehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017